Um 13 Uhr soll dieser Zug losfahren. Er hat es geschafft, auch auf die Schmalspurwagen ihren Keks zu schaffen, was sie bisher noch nicht geschafft haben, dass sie den Keks auf die Schmalspur-Lokomotiven gebracht haben. Der Zug wird pünktlich abfahren und ich fahre jetzt runter zum Viaduct. Oberwiesenthal, im Hintergrund die Sprungschanze. Schöpfer? Der Zug nach Kranzhal überquert nun den Viadukt. Der Zug nach Kranzhal überquert. 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 Der Zug nach Kranzhal. Der Zug nach Kranzhal. Der Zug nach Kranzhal. Der Zug nach Kranzhal. Kranzhal steht schon hier. Und nun kommt der Zug aus Oberwiesenthal. Der Zug nach Kranzhal. 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 Schmalspur und Regelspur vereinen sich hier. Eine interessante Ein- und Ausfahrgruppe. Vor zwei Minuten war es hier noch trocken. Und ausgerechnet jetzt bei der Einfahrt des Schmalspurzuges hier in Kranzhal geht ein ganz schöner Regenschauer runter. Der Anschlusszug der Regelspurbahn steht schon in Bahnhof. Das hätte sich diese Lok auch nicht träumen lassen, dass einmal der DB-Keks an der Seite stehen würde. Die Schmalspur Dampflokomotive setzt um. Die hat Wasser genommen. Die hat Wasser genommen. Der Zug nach Kranzhal. Um 14.20 Uhr. Fährt der Zug nach Oberwiesenthal zurück. Die hat das Reisenthal. Der Zug nach hull. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Die Weiche ist ungewicht worden. Das war's. 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 Auch hier muss die Lok aufgearbeitet werden. So, nun bekomme ich auch noch die Adresse. Kurort Oberwiesenthal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017